Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, um Pancakes zu machen. Und falls ihr euch jetzt fragt, wofür ich zum Teufel so früh aufgestanden bin, meine Eltern mögen es sich so, wenn ich in die Küche gehe und irgendwas mache. Deswegen machen sie mal früh morgens, wo ich noch schlafe, dann könnt ihr nichts dagegen sagen. Ich habe dann auch die komplette Küche aufgeräumt, das heißt, sie haben gar nicht bemerkt, dass ich sie gebacken habe. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal angefangen, diese ganzen Zutaten zusammen zu mischen. Also ich habe, glaube ich, ein Ei gebraucht, dann ein bisschen Milch, Mehl, was auch immer. Oh, und Zucker und Salz. Ich frage mich wirklich, warum da Salz reinkommt, aber egal, und etwas Backpulver. Dann habe ich angefangen, das Ganze zu mixen, aber das war mir zu anstrengend, weshalb ich dann den Handmixer verwendet habe. Aber dann musste ich das Ganze erstmal wieder umfüllen, weil es dann nicht funktioniert hätte. Später habe ich dann etwas Öl in die Pfanne gemacht und das Ganze dann auch so verstrichen. Und dann habe ich mit den Pancakes angefangen. Und das ist irgendwie so zerlaufen, weshalb sie nicht so richtig rund geworden sind. Aber dafür, dass ich nicht backen kann, beziehungsweise kochen, beziehungsweise braten, was auch immer das ist, ist es eigentlich relativ gut geworden. Die Pancakes sind nur leider nicht rund geworden, weshalb ich richtig traurig war. Kann mir mal bitte jemand erklären, was ich falsch gemacht habe? Und ich wäre euch wirklich super dankbar, wenn in die Kommentare irgendwelche Rezepte reinmachen würde. Das müssen doch keine Pancakes sein, dann würde ich das unbedingt mal ausprobieren. Und folgt mir gerne für weitere Backvideos.